Was kann man damit machen? Und was ist das hier? Ein Tablet. Da kann man drauf schreiben. Da kann man ins Internet gehen. Und dann hat man da so Spiele und da kann man auch Videos gucken über eine kleine Maus und so. Man kann das Wetter checken. Und da kann man auch selbst Musik machen. Es ist halt relativ einfach, man muss einfach eine E-Mail-Adresse eingeben. Dann kann man so Fotos machen. Und da kann man so Fotos machen. Und da kann man so Fotos machen.